Patch 1.6.2 kommt in Assassin's Creed Valhalla mit einem neuen DLC, Neuigkeiten zum New Game Plus und noch einem weiteren Feature. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Frank Nath, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Und wir gehen auch direkt rein. Ubisoft hat einen Blogpost verfasst zur Zukunft von Assassin's Creed Valhalla. Und hier geht nochmal eine Retrospektive los. 2020 kam das Game raus. 20 Millionen von euch haben das Game gekauft. Also ganz schön viele Leute. Es ist das erfolgreichste AC aller Zeiten. Und wir haben in der letzten Zeit noch einige DLCs gesehen. Es ging ja erst los nach Irland, wo ich ja auch eine Rolle sprechen durfte im Irland-DLC, den Iren, der dir das Handelssystem erklärt. Dann ging es weiter nach Paris. Wir hatten noch das Cassandra-Crossover, was vor einem Jahr rauskam. Das war wirklich echt eine coole Sache. Und vor allem mega, dass da für AC Odyssey auch nochmal ein neues DLC rauskam. Und das so viele Jahre nach Release. Und dann haben wir jetzt nochmal zuletzt hier die Forgotten Saga. Ach ja, zwischendurch gab es ja auch noch das Ragnarök DLC im März. Und jetzt ist es soweit. Das letzte Kapitel von Assassin's Creed Valhalla bricht an. Patch 1.6.2 kommt am 6. Dezember raus. Das heißt am Nikolaus. Und da kann ich schon mal sagen, wir haben ein Date. Das ist ein Dienstag. Und da sehen wir uns natürlich im Stream um 18 Uhr alternativ zum Assassin's Creed Marathon. Wir machen ja gerade auf Twitch den Marathon. Gerne mal auf twitch.tv slash fragnat reinschauen. Auch heute Abend um 18 Uhr machen wir den Marathon und starten mit Revelations. Ein Spiel, was gar nicht allzu viele von euch gespielt haben. Deswegen gerne mal reinschauen. 18 Uhr auf twitch.tv slash fragnat. Das letzte Kapitel ist die letzte Geschichte zu Eivor überhaupt. Und dementsprechend soll es eine berührende und intime Sache sein, die Eivors Saga zum Abschluss bringt. Vielleicht ja sogar bis zum Tode. Man weiß es nicht, was da noch im Detail passieren wird. Das ist bislang noch nicht geleakt worden. Mir zumindest noch nicht bekannt. Vielleicht hat Andy Reloads das Ganze ja auch schon irgendwo gefunden. Wer weiß. Sehr, sehr spannend. Der Epilog wird einige Erzählstränge haben, zu Ende führen und den Abschluss der Zeit mit dem Rabenclan bieten. Wir wissen schon so ein bisschen was aus Leaks. Das möchte ich jetzt in diesem Video allerdings nicht sagen, was da jetzt noch geteased wurde. Aber ich kann euch sagen, es heißt zwar das letzte Kapitel, aber es ist erstens laut Leaks und zweitens laut Ubisoft nicht das letzte. Denn nicht der letzte Inhalt, der zu Assassin's Creed Valhalla kommt. Am 6. Dezember geht's los und wir müssen einige Dinge vorher gemacht haben. Unter anderem die Hauptgeschichte abgeschlossen haben. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, reinhauen. Wir müssen auf jeden Fall noch die mythischen Handlungsstränge in Asgard und Jötunheim abschließen. Das sind die beiden gratis mythischen DLCs quasi. Ja, das dritte, das ist unabhängig davon. Das ist ein Niflheim-DLC. Muss Wartelfheim, müsste auch nicht machen. Die Siedlung auf Stufe 5. Das geht. Ich habe ein Video. Siedlung auf Stufe 6 bringen. Assassin's Creed Valhalla einfach mal auf YouTube eingeben. Dann findet ihr das. Sollte easy sein. Und die Jomsvikinger Kriegerlager müssen errichtet sein. Also das auf jeden Fall. Siedlung muss gepimpt sein. Alle Ordensziele und das Oberhaupt muss enthüllt sein. Das heißt, ihr müsst da wirklich ganz durch sein mit Assassin's Creed Valhalla, um diesen Inhalt zu genießen. Ich habe das schon erreicht. Wenn ihr es noch nicht habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall bei mir im Stream sehen. Ich freue mich riesig auf dieses Update und bin sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte von Avow zu Ende gebracht wird. Und ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast bereit für Assassin's Creed Mirage. Zu den saisonalen Festen sagt Ubisoft hier was. Kurz, long story short, die fallen weg. Es wird keine saisonalen Feste mehr geben. Ich bin gespannt, ob es jetzt noch mal ein allerletztes gibt. Aber die werden dauerhaft eingestellt. Es gab ja zum Beispiel das Weihnachtsfest, Halloween, Ostern und so weiter. Ich fand es eigentlich ganz süß. Es hat aber sehr, sehr viele Bugs verursacht. Und dementsprechend ist das für einen automatischen Long-Term-Support, also wirklich, dass es einfach durchläuft, nicht geeignet aufgrund der Bug-Dichte. In Assassin's Creed Origins ist es anders. Also die Prüfung der Götter, die läuft bis heute durch. Seit 2017 ist das überhaupt kein Thema. In einem anderen Tonus als zu Release. Aber es klappt. Und da muss man natürlich sagen, war das weniger verbuggt. Und deswegen klappt es. Das kommt nicht wahrscheinlich wegen der Bugs. Schade, aber alle Belohnungen, alle Belohnungen gibt es jetzt im Game dann bei Händlern zu kaufen. Und zwar für Silber. Das heißt, alle können sich das holen. Jeder, der es verpasst hat, kann trotzdem einfach mal entspannt zum Händler gehen und das Ganze kaufen. Es soll wohl verschiedene Händler geben. Mal gucken, ob die dann verteilt sind oder ob das wieder in den klassischen Händler-Pool übergeht. Denn wir haben ja geteilte Inventare von Händlern in Valhalla. Ich fände es cooler, wenn du einzelne Händler hättest, die so ansteuern musst. Ist natürlich ein bisschen unübersichtlicher. Mal schauen. Zum neuen Spiel Plus. Das ist das, was uns alle interessiert hat. Und auch hier muss ich sagen, es kommt nicht. Es kommt leider nicht. Ubisoft hat sich das angeguckt und zwar schon kurz nach Launch. Ubisoft hat auch damals schon gesagt, wir sind uns nicht so sicher, ob das zu Assassin's Creed Valhalla passt. Weil die Motivation viel über Waffen und Loot geht. Und wenn du das wegnimmst, ist es kein New Game Plus, was man so kennt. Wenn du die Skills da lässt, dann macht es auch nicht mehr so viel Sinn, das neu zu spielen. Also grundsätzlich hat Ubisoft gesagt, das ergibt bei dem Konzept des Spiels keinen Sinn. Und deswegen wird das nicht kommen. Das ist schade. Ich hätte es gerne gesehen, muss ich sagen. Und ja, bin ein bisschen traurig. Aber kein Aber. Ja, ich bin traurig. Und das kann man nicht schön reden. Meiner Meinung nach hätte es doch drin sein sollen. Auch wenn es dann nicht so motivierend ist. Lange Zeit war der Talk dazu. Man will keine Leute ausschließen, wenn Feste kommen und so weiter. Aber jetzt kommt es halt gar nicht. Das mit den Festen und so habe ich verstanden. Dass es zu Ende des Spiels nicht kommt, das hätte man doch ruhig einfach als Fanservice machen können. Meiner Meinung nach. Sie beschwichtigen das Ganze mit dem folgenden Satz. Wir werden zwar kein neues Spiel plus zu Assassin's Creed Valhalla hinzufügen. Es kommen jedoch noch mehr Inhalte dazu, bevor es endet. Und noch mehr bezieht sich nicht, hoffentlich nicht nur auf das letzte Kapitel. Vielleicht nicht nur auf ein letztes Fest, was jetzt eventuell nochmal kommt. Ein letztes saisonales Fest. Sondern noch weitere DLCs. Und das wurde auch schon geleakt. Es soll nämlich ein Assassin's Creed Mirage DLC für Valhalla geben. Was zumindest so eine Art Crossover Story ist. Ob das jetzt mit dem letzten Kapitel verbunden ist oder nicht, das ist nicht bekannt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Scheinbar gibt es dann doch noch irgendeine Form von Inhalt. Und jetzt bitte nicht. Also bitte nicht noch ein weiterer River Raid. Klar werde ich spielen und ich werde mich auch trotzdem freuen. Aber I don't know. River Raids. Und es ist irgendwie so ein bisschen witzlos mit den extremen Bugs und dem Copy und Paste. Wir haben aber noch weitere Updates für das DLC. Sondern für den Patch 1.6.2. Wir freuen uns ankündigen zu können, heißt es hier. Dass unser letztes Update ein weiteres, häufig gewünschtes Feature enthalten wird. Die Option, jederzeit die Kapuze zu tragen. Und das ist natürlich ein tolles Update. Denn das wünscht sich jeder. Man hat so oft die Kapuze angelegt und war dann einfach traurig, dass es im Kampf weg war. Und jetzt haben wir hier zwei Modi. Einmal der Mantel komplett über uns. Außerhalb des Kampfes. Und im Kampfmodus haben wir dann die Arme frei, der Umhang nach hinten, aber die Kapuze noch auf. Und ich finde es so wichtig, für ein Assassin's Creed eine Kapuze zu tragen. Ich weiß nicht. Also das gehört da einfach zu, wie Döner zu 10 Euro Preis Kappa. Ja, finde ich schön, dass das kommt. Freue ich mich drauf. Macht jetzt nicht wett, dass kein New Game Plus kommt. Aber ja, schön. Schön, schön, schön. Und außerdem halten wir noch ein paar Überraschungen mit diesem Title Update bereit, die wir uns für den endgültigen Abschied aufsparen. Das heißt, scheinbar ist es der letzte Patch. Ein paar Überraschungen werden reingepatcht, aber noch nicht direkt released. So habe ich das zumindest verstanden. Bis jetzt noch irgendwas kommt. Im Namen des ganzen Teams möchten wir euch für die liebe Unterstützung und über die vergangenen Blablabla bedanken. Es fällt uns nicht leicht, uns von der Saga zu verabschieden. Freut euch auf weitere Neuigkeiten. Ja, war eine schöne zwei Jahre. Geprägt von Bugs, geprägt von Up and Downs, aber dann doch von einem coolen Wikinger-Spiel. Und ich muss sagen, ich hätte echt Bock aufs New Game Plus gehabt, hätte echt Bock, nochmal das Spiel von vorne zu spielen. Klar, ich kann es auch normal von vorne spielen. Es spricht auch nichts gegen. Aber irgendwie New Game Plus, das fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man quasi seinen Progress verloren. Ist ja auch so. Und deswegen ist New Game Plus eigentlich immer eine sehr, sehr coole Sache. Liebe ich auch in The Witcher oder in Odyssey ist es auch super. Du kommst halt auch viel schneller nochmal durchs Game. Ja, das ist alles zu Patch 1.6.2, was bislang bekannt ist. Und ich glaube, dass dieses Update dann nochmal hoffentlich große Freude in uns wecken wird. Und wir nochmal ein schönes Ende von Assassin's Creed erleben. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und frage mich auch, was ihr davon haltet. Falls ihr euer Geld gerne beisammen haltet, dann schaut gerne nochmal bei meinem Sponsor und Partner in neba.com vorbei. Link unterm Video. Und es gibt jetzt auch seit Neuestem einen Code, aber für ausgewählte Games nur BF10, wenn ihr hier auf die Black Friday Sales geht. Da ist unter anderem God of War zu holen für den PC. Horizon Zero Dawn in der Complete Edition für 14 Euro. Da nochmal 10% runter. Ist insane auf jeden Fall. City Skylines, eins meiner Lieblingsspiele. Und natürlich The Witcher. Zumindest für Xbox. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen, denn ihr kriegt jetzt ab dem 14.12. dann ja ein kostenloses Upgrade. Das heißt, ihr holt euch jetzt das Grundspiel, habt dann aber alle DLCs ab dem 14.12. kostenlos plus Next Gen. Also, höchste Eisenbahn dazu zu schlagen. Außerdem hier nochmal ausgewählte PSN-Guthaben-Karten. Die sind natürlich immer der Klassiker. Ja, das möchte natürlich jeder haben. Ist klar. Wie war das? BF10. Schauen wir mal, ob das dafür klappt. Holy shit, das klappt. Ja, PSN-Guthaben. Okay, klare Empfehlung. 40 Euro für 50 Euro Guthaben. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also, das ist meine klare Empfehlung an euch. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed. Endlich mal wieder Valhalla News. Und ja, es wird ein schöner Dezember, denke ich, mit dem Valhalla Update und dem Witcher. Also, schöner hätte es kaum sein können. Meine beiden Favorite Brands kriegen ein Update. Da geht es nicht. Auch wenn der Gaming-Markt ansonsten nicht viel hergibt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen informieren können. Und ihr bleibt entspannt an diesem super sonnigen Sonntag mit 3 Grad Celsius aktuell. Er friert mir nicht. Und wir sehen uns um 18 Uhr im Stream. Macht's gut. Euer Tut. Gerne abonnieren.